Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haut und legten ihm ein Purpurgleit an und sprachen. Musik Und gaben die Backenstreicher, da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Musik Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurgleit und er sprach zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen. Musik 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 Wie er Engel loslisse.